Krom, Wolfgang, krom! Wir werden zeigen in diesem Rufen, ja? Ja, Raubwärm war nie. Verfluchtes Wetter! Mir ist kalt, zu kalt! Nicht quenkeln, Soldat! Also, persönlich denke ich, dass die Russen heute nicht angreifen werden. Aber wir wissen das nicht sicher, ja? Ja. Also, wir müssen bereit sein und alle Gelegenheiten vorauszusehen. Oh, und dieser Schweine! Ja, das ist möglich. Hauptmann. Ja. Sie greifen an! Alle Arm! Alle Arm! Soldaten! Alle Arm! Auf die Position! Die Russen kommen! Ist ja so! Hier, wo die Neuanche sind. Was? Ja! Mindestens eine Kompanie. Soldaten, Soldaten, seid brav, wir sind nur Tiere, unter Menschen, ja? Feldfebel, weise, am rechts, ja? Ja. Feuer!